hey freunde dennis hier aka frankenstock moin aus hamburg da ich hoffe euch geht es gut ja heute kommen wir mal zum dritten teil ich bewerte eure parfüm sammlung ja und da habe ich eine ja ich habe heute mal eine kleine sage ich mal aber was heißt auch wieder klein es ist ein 16 jähriger deswegen habe ich sie ausgewählt und er hat acht dürfte so acht dürfte für den 16 jährigen ist aber den auch wieder gut und viel ehrlich gesagt ich meine ich wiederhole mich da draußen gibt es leute die zwei oder drei dürfte haben so ja und zwar kommt diese sammlung von pascal 957 herzlichen glückwunsch 16 jahre alt ja ich werde die bilder wie gesagt einblenden wieder ihr wisst es und ja sie gewonnen summer 2020 hat er ja diesen duft haben einige er ist gut einfach frisch mit der mandarin anfang top 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 man darf nicht vergessen es ist ein sommer duft es ist ck warm den endeffekt nur natürlich in die sommerrichtung gedreht und viele erwarten von kevin klein nicht mehr viel aber er ist wirklich gut geworden dann versace eros natürlich versace eros geht immer für mich definitiv besser als das flame süß kommt überall gut an bei den damen wahrscheinlich auch bei den jüngeren für clubs für bars absolut der duft des allgemeinen für jüngere geeignet aber auch für discos nachher wenn man 25 ist ist der duft einfach top eigentlich das heißt eigentlich er ist top deutsche cabana light blue intense kommt dann ja sehr 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 geiler sommer duft ich hatte ihn ich habe ihn nicht mehr vielleicht werde ich ihn irgendwann mal wieder kaufen aber er gefällt mir auf jeden fall das ist wirklich frische und man denkt einfach man ist in urlaub in italien am meer das passt eigentlich das passt einfach alles in den duft und was will man da eigentlich falsch machen mit deutschland kann man eigentlich nichts falsch machen finde ich das ist meine persönliche meinung deswegen sag ich mal die ersten drei sind in seiner sammlung also schon mal nicht schlecht so dann haben wir adidas move und adidas victory edition ich sagte jetzt doppelt weil ich bin raus bei adidas nicht weil ich sie nicht mehr weil ich sie nicht kennen aber ich gehe ganz stark davon aus dass es frische dürfte sind so genauso wie future made action ich weiß gar nicht den kenne ich nicht ja ich gehe davon aus dass das frische dürfte sein werden natürlich auch nicht so teure ist klar aber muss man ja auch nicht dass er 16 jahre alt warum muss man dürfte die 400 euro kosten haben gibt auch die kinder aber ja das ist ein anderes thema dann haben wir natürlich jean paul gudy ultramel das ist natürlich ein süßer kaugendorf mit der bären anfang sehr geil ich höre immer dass die aktuelle version schwach sein soll also ganz ehrlich weiß ich nicht ich habe natürlich die ersten zwei flakons ich kann mir nicht vorstellen dass er wirklich schwach ist weil einige sagen der hält in anderthalb stunden also ich bitte euch das nicht mal wenn der bearbeitet worden ist kann ich mir das nicht vorstellen dass der nur eine oder anderthalb stunden hält das ist schwach sind ich kann mir das nicht vorstellen denn es ist ein fake ganz ehrlich dann ist es ein fake weil also bei mir hält der mindestens zehn stunden und hat eine ausstrahlung die über sieben stunden acht stunden geht es so stark der duft richtig gut auch für club für bars und schon weggehen und zur guter letzt gilt sanders sun man ja was soll ich dazu sagen auch ja top ganz ehrlich top pascal sagen wir mal so 16 jahre alt zwei süße drei süße dürfte dann frische dürfte und jill sanders sun man denn noch perfekt so sage ich mal nehmt ihn nicht auseinander bitte in den kommentaren er ist 16 jahre also und dafür ist das gut mehr muss ich da auch gar nichts zu sagen ich blende jetzt hier noch mal sein lieblings duft ein ja hatte ich ja eben auch hoch gehypt und ist auch so für den sommer einfach perfekt deutsche germaner und ja eine gute sammlung schreibt man die kommentare was haltet ihr von dieser sammlung und ich bin der meinung wirklich für ein 16 jährigen ist das in ordnung das einzige was ich auf seinem kanal gesehen habe er ist bvb fan ok da sind wir nicht auf einer seite aber sonst finde ich diese sammlung wirklich top noch mal glückwunsch dazu auch hier dass du hier dabei bist das also ganz ehrlich wie gesagt ich kenne die adidas dürfte nicht aber ja was ich kann mir ja vorstellen ungefähr was darunter fällt und was dabei rauskommt aber nehmen wir mal ein sieke worden versace deutsche gabana sorry zwei süße dürfte ich war im kopf bei zikel und schock warum auch immer so mal also frische dürfte und zwei süße dürfte top 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 dafür für 16 ich wiederhole mich ja schreibt in die kommentare wie findet ihr seine sammlung und nehmt ihr nicht so wirklich auseinander noch mal er ist erst 16 jahre ein dafür acht dürfte und ja ich finde gut dafür so denn war es das und ja wie gesagt schreibt in die kommentare wie ihr die sammlung findet und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder was gut folgen stock und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder mal wieder